Star Wars Fans aufgepasst! Lando Calrissian bekommt doch seine eigene Serie. Nach einiger Unsicherheit um das Projekt hat Disney nun endlich grünes Licht gegeben und Informationen zur Regie und zum Hauptdarsteller veröffentlicht. Zuletzt bekamen wir den Glücksspieler in Solo A Star Wars Story zu sehen, einem Film, der weit hinter seinen Erwartungen zurückblieb. Als Reaktion auf den Flop von Solo legte Disney sämtliche Pläne um weitere Spin-Offs auf Eis. Dementsprechend wurde es auch still um eine geplante Lando-Serie. Nun kommt aber doch wieder Bewegung in das Projekt. Das Variety-Magazin berichtet, dass die Serie erscheinen soll. Diese Entscheidung dürfte wahrscheinlich auch durch den Erfolg von Ander beeinflusst worden sein, die Kritiker und Fans begeisterte. Donald Glover wird wieder in die Rolle des Lando Calrissian schlüpfen. Aber nicht nur das, er wird auch zusammen mit seinem Bruder die Regie übernehmen. Die Glover-Brüder bewiesen ja bereits mit ihren Serien Atlanta und Swarm, dass sie ein Händchen für komödiantische und dramatische Stoffe besitzen. Eine überzeugende Umsetzung der Lando-Geschichte sollte also durchaus möglich sein. Konkrete Informationen zur Handlung und zum Startdatum der Serie sind bisher noch nicht bekannt, dennoch gibt es Grund zur Freude, dass das Projekt überhaupt eine Zukunft besitzt. Bis zum finalen Start von Star Wars Lando dürfen sich Fans aber erstmal auf die im August startende Serie Ahsoka freuen. Ebenfalls ein wahrer Fanliebling.